Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dimension Dive, dem Minecraft Mod Pack, der sehr gut ist. Ja, leider ein paar Mods drin gehabt, die imbalancet sind. Die habe ich jetzt rausgenommen, also auch dieses Mod Creatures. Es wäre ja gut, wenn es drin wäre, aber da man es nicht umstellen kann, habe ich es jetzt mal rausgenommen, weil es ist schon ein bisschen mühsam, wenn die ganze Zeit nur Bären aufkreuzen, die meine Hühner töten und so weiter. Ja, also, jetzt zorgen wir uns mal um... Wo ist der Stab? Haben wir den Stab noch? Wo ist der Stab? Wo ist mein Stab? Gut, wir probieren jetzt das mal. Aha. Für was ist das jetzt? Okay, ich brauche wahrscheinlich mehr von diesem Platzding. Das scheinbar auch. Wissenholz, komm. Studdy Plants. Stardy Plants. Und was sind Stardy Plants? Ah. Berge. Okay. Ja. Ein bisschen Leben. Okay, wo haben wir einen normalen Baum? Okay, nochmal Birke. Ja, wir brauchen Studi Blunts. Schon gecheckt. Okay, wir übernachten mal kurz. Wir gehen kurz ins Bett, sonst wird das zu brutal, Mann. Voll brutal. Bisschen leer, wenn wir so wenig Tier haben, aber immerhin keine Sorgen. So, ich möchte gern wieder Punch machen. Da. Also Fruchtsaft. So, das nehmen wir mit. Das tun wir hier rein. So. Iron Eggs. Dirt mal rein, Koppel mal rein. Stick. Den Table brauchen wir jetzt auch noch nicht. Wir brauchen ein Bücheregal. Ein Buch haben wir hier schon. Die weiteren Bücher kommen ja jetzt noch dazu. So. Okay, wir brauchen andere Pflanzen noch. Die. Nein, ich brauche Ressourcen. Ressourcen des Lebens. Okay. Nehmen wir die mal mit. So, was könnten wir noch? Das ist ein anderer Baum, der ist nicht von Vanilla. Aber mal schauen, was das ist. Ah, das ist ein Pilz. Geht Pilz? Nö. Gut. Lianen könnten wir noch. Nein, leider nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Zuckerrohr. Wasser. Was könnten wir noch gebrauchen? Wasser. Ja. Gut. Haben wir noch normale Blumen. Da brauchen wir auch noch mehr. Gibt es noch was anderes als Gras hier? Hm. Ja, was könnten wir sonst noch ein bisschen Leder mitnehmen? Pilz? Nein. Wir nehmen noch ein bisschen Leder mit. So. Hier unten gäbe es Steine. Das könnten wir mal kurz besorgen. Lehm. Ja. Oh, das gibt auch noch Wasser. Sehr schön. Stern gibt natürlich. Anders sieht. Ist nicht von einem Ort. Ähm, ich möchte gerne hier rund graben. Noch eine Schaufel. So. Ja, geht halt nicht so gut. Wir nehmen Phosphor. Oh. Ding. Profil komplett. Okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Nein. Eisen mitnehmen. Sehr schön. Haben wir schon alles voll? Ja, toll. So. Also gehen wir wieder zurück. So haben wir hier eine Hacke. Ist ja schon gut und dass wir eine Hacke haben, aber hm. Nun gut. Fleisch nicht. Wir haben so viel Saft. Wir brauchen jetzt kein Fleisch. So. Wir gehen wieder raus. Ich muss ähm, Herde hier hin tun. So. Ja, das ist erstmal Metallregie. Eigentlich müssen wir das nicht abbauen. Noch nicht. Aber schon gut. So. Ein Ding. Lillipat. Ähm. Lillipat. Seerosenpet. Das können wir noch nicht. Ähm. Ja. Gut. Stalkgarten. Da ist eine Blume. Nö. Wenn wir hier runter gehen. Schaf. Komm schon. Nein. Ähm. Ähm. Schwein auch nicht. Nö. Ja gut. Ähm. Wenn wir Birchfleives. Nö. Da ist noch eine Blume. Nein. Nein. Auch nicht. Schade. Schade. Pilz. Der andere Pilz ging, glaube ich, nicht. Auch nicht. Okay. Mist. Ja gut. Ja gut. Ja. Wie ihr seht, wir sind alles erkunden. Das ist ein bisschen mühsam, aber auch irgendwie ein bisschen nett. So. Wir trinken mal. Tun mal die Sachen hier rein. Das ist ja Wahnsinn. Durch das Small Creatures, das ich hier rausgenommen habe, habe ich ja ein paar Teile verloren. Aber ähm. Nun gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Spinat. Das nehmen wir. Zucchini auch. Ja. Wir sollten mehr. Felder machen. So. Pinat kommt hier. Ähm. Noch ein paar Sachen. Ähm. Nicht Leder. Ähm. Nichts. Chili will ich. Chili. Normale Bohnen und Eggplant. So. So. Hier bleibt hier. Bohnen. Hier zwei. Dann haben wir noch zwei. Jo. Das nehmen wir. Ah. Kiwi. So. Aber ich möchte gerne noch mal irgendwo. Ja. Das kann ich, glaube ich, hier noch. Vier. Sie werden leider nicht. Wir müssen mal Wasser mitnehmen. Ähm. Okay. Dann lassen wir mal einen Kiwi noch drin. So. Und pflücken hier mal den Garten wieder. So. Ähm. Was hätten wir sonst noch? So passiert hier nichts. War wahrscheinlich nicht reif. Ah. Ein bisschen frech. So. Also. Äh. Das. 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 Raspberry. Nicht. Nicht. Blueberry dafür. Ja. Gut. Ah ja. Steak. Auch noch. So. Also. Also. Dann haben wir hier. Ähm. Haben wir Zuckerrohr. Ah. Zuckerrohr. Zuerst mal so. Dann so. Zwei Bücher. Drei Bücher. Ein Bücher. Egal. Haben wir schon mal. So. Jetzt brauchen wir nochmals den Stab. Aber wo ist der Stab? Haben wir den wirklich verloren? Hm. Das ist nicht so gut, wenn wir den Stab nicht mehr haben. Weil dann bräuchten wir wieder Eisen. Nun gut. Ähm. Wir haben sicher hier noch. Ähm. So haben wir kein Weizen. Nun gut. Also. Das. Dann das. So. Stab. Das und das. Und jetzt. Yay. Tamo no mikron. Sehr schön. Hier haben wir irgendwo ein Skelett. Genau hier. Ich möchte gerne das vermehren. Ähm. Mal ein paar Facken wieder machen. Hier ein bisschen Tag machen. So. Und hier. Und den werden wir mal ein bisschen weg machen. Dann machen wir mal ein bisschen weg machen. Gut. Ähm. Dann machen wir die Fackel hier hin. So. Gut. Wir haben wieder ein bisschen Weizen. Dann. Hm. Können wir jetzt auch das Weizen wieder den Kühen geben. Wir bräuchten noch ein paar Kühe für den Zaubertisch dann. Dann. Ah. Dann weiss ich jetzt noch was ich für einen Mod rein machen will. Dann ein Enchanting Spells Mod. Der. Ähm. Macht uns das ein bisschen leichter. Ja genau. Ein unsterblicher Zombie oder was. Nein. Unser Schwert. Du hast uns das schwer. Ah. Der regeneriert sich wieder. So. Dafür hat er uns auch etwas gebracht. So. Gut. Dann machen wir hier mal den Rest rein. So. Du hast hier ein Skelett. Da drunter. Oh. Schnell. Rauf. Es wird Nacht. Jetzt können wir nämlich nicht schlafen. So. Gut. Jetzt möchte ich gerne wieder ein bisschen meinen. Wir brauchen. Wir brauchen. Noch ein paar. Ja. Wir brauchen vor allem ein besseres Werkzeug. Ähm. Und dann machen wir eine Hütte. So. Du gehst hier rein. Du gehst hier rein. Du gehst hier rein. Das Schwert geht jetzt hier hin. Der Bogen kommt raus. Der Bogen kommt raus. Der Bogen kommt raus. Gut. Also hier drinnen werden wir uns mal ein bisschen weiter kämpfen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn? Was ist los? Was? Puh. Nicht gerade. Sehr höflich diese. Monster. Die haben recht viel Schaden angerichtet. So. Wir nehmen hier noch diese. Mit. Das sind es wahrscheinlich die. Aluminium. Okay. Hier haben wir verschiedene Arten von Kupfererz. Hat jeder Mod. Will ich sagen, selber Kupfer haben. Nehmen wir mal das verschiedene Kupfer mit. Gut. Diorite Marble. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Haus aus Marben machen sollen. Ja, das kann warten. Ein Schad. Okay. Magnesium brauchen wir nicht. Aluminium könnten wir gebrauchen. Da unten ist ein Enderman. Die haben keinen Knockback. Da müssen wir aufpassen. Ja, greift er hinmal an. Schön eine Enterprise. Die wollte ich mir holen. Oh je. Der exportiert natürlich schneller, als ich will. Gut. Das brauchen wir nicht. Ehe auf den Bruchlder. Ach, Metallurgie. Nein, danke. Ach, Mensch. Nerv nicht. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Eigentlich möchte ich jetzt noch unten. Aber hier geht es nirgends runter. Da müssen wir mal einen anderen Ort suchen. Ja, die nerven. Das sind kacke Gegner. Aber schön, dass wir ihn direkt getroffen haben. Das war jetzt wirklich, ja nicht ganz Zufall, aber es war richtig lustig, dass der genau dort gespawnt ist. So, hier ernten wir Lava, komm, wir machen einen Lava-Eimer für den Ofen. Ich hab wirklich fast noch nie Lava in den Ofen getan. Ich mag das irgendwie nicht. Das ist halt Patent. So, dafür 10. Gut. Jetzt haben wir eigentlich langsam unser eigenes Mod-Pack. Wenn wir da noch den Backpack-Mod rein tun, heben wir schon den Plus und so. Toll, aber richtig gute Ressourcen für ein gutes Mod-Pack von mir. Das ist ein eigenes Mod-Pack. Jo, Aluminium haben wir hier. Ich weiß nicht, ob wir so viel brauchen, aber ich denke nicht. Aber trotzdem nehmen wir es mit. So, also da gibt es viele Mods, die wir noch auswendig lernen müssen. Gut. Die brauchen wir ja nicht. Aha, schaut mal an. Wo ist der Creeper hergekommen? Von oben, oder was? Dieser Creeper, die nerven mich extrem. So, weg damit. So, Essence-Ber, das ist schon mal etwas Wichtigeres, damit wir Level bekommen. Gut. Ja. Wow, noch recht viel. Wir brauchen Stöcke. Kohle. Das reicht mal. Ähm, jetzt habe ich ein Potato hier wieder. Eine Kartoffel. Das Gehirn brauchen wir auch nicht. Rotten Flasch auch nicht. Weg mal. So, ähm. Ja, wir müssen überall Fackeln hintun, das ist schon recht wahnsinnig viel Monster spawnen. Und hier ist ein Dorfbewohner-Zombie. Ja genau, so viele Zombies kommen jetzt zu mir. Geht weg, weg, weg. Was ist denn mit dir los? Hast du irgendwelche Blähungen? Scheinbar schon. Gut, er hat Blähungen gehabt, deshalb ist er abgehangen. Dann haben wir, okay, hier haben wir Wasser. Wollen wir das Lava, das Lava werden wir hier mal zwischenspeichern. Dafür Wasser ist wichtiger. Gibt es zwar mehr. Aber, ähm, wie gesagt, zu viele von diesen Bats wieder. So, haben wir das auch. Hier waren wir schon, okay. Hm. Okay, die können wir nicht mehr tragen. Ähm, Zombieherd, komm schon. So, was ich will, ist, Zombieherd wieder mitnehmen. Zum Beispiel zum Bogen. Denn hier hinstellen haben wir ihn für später. So. Aber ich möchte eigentlich nach oben. Dazu müssen wir uns irgendwo noch einen Weg finden. Genau hier wollte ich noch abbauen. So, und, ähm, der Weg nach oben scheint hier irgendwo zu sein. Saut er wieder ab. Ah, das sind solche, das sind solche, Mobs, ne? So, schnell nach oben. Ja gut, ähm, da geht's nicht nach oben. Nein, es war hier vorne, also. Aha, dann greifst du mich da an. So, ich gehe hier nach oben. Scheiße, scheiße. Das ist nicht gut. Gut, komm, regenerier dich doch. Regenerier dich. Gut. Die machen zwei Schaden pro Schlag oder so. So. Okay, von denen haben wir nicht den Schatz. 10 haben wir schon abgebaut. Gut. Aha. Das ist wahrscheinlich derjenige. Ja, gestorben. Ja, bitte, hey. Hallo, hallo, manu, manu. Das ist eine kurze Strophe. Hey. Hey, du. Wir rennen jetzt nur. Nein, kein Zombie. Mist. Wo waren wir? Wo gingen wir durch? Ist es nicht doch hier oben gewesen? Wow. Scheinbar nicht. Haben wir nicht den Death Point? Nein, das war hier unten. Ja, genau, hier. Okay, dann waren wir vorher doch recht. So, und dann waren wir hier unten. Nö. Mist. Komm, bevor wir, bevor die Ding sterben. Äh, die spawnen. Waren wir hier oben. Ja, genau. Oh. So. Dann hier weiter. Da ist. Ah, das ist ja wegen dem Grabst... Passiert es ja in dem Grabstern wieder. Ja, keine Chance. Ach, Mist. Wir machen uns ein Schwert. Aus. Wir haben nichts mal. Wir haben nicht mal irgendwas. Wir haben nicht mal ein Schwert machen. Ach, Mann. Ach, Mann, oh. Sie spawnen einfach zu viele Monster. Was ist denn das für ein Mod? Ah, ich mag ja epige Mods. Aber wenn dann tausende Mobs spawnen müssen die ganze Zeit, dann mag ich sie nicht mehr. Dann ist es wirklich ein Kack-Mod. So. Dann machen wir uns mal wieder Eisen. So. Nein. So. So. Gut. Holen noch kurz den... ...den Loot. Solar-Helmet. Hä? Ich hab ihn doch gar nicht. Wo ist er denn? Wir müssen hier mal ein bisschen besser auslechten. Wir haben ja jetzt genug Kohle. So. Und dann hier entlang. Überall Skelette. Ne, das wäre nicht so gut. So. Jetzt ist mal frei hier. Hier geht's sogar wieder raus. Sehr schön. What the fuck? Ja, toll. Und die können wir jetzt nicht abbauen. Leck. Auch ein Leck. Pickaxe. Einfach eine Pickaxe machen. Okay. Ja. Das geht natürlich nicht. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Hier drüben. Lol. Okay. Gut. Schnell ins Schlafen legen. Dann machen wir uns nochmal seine Spätshacke. Von mir aus. Krass, ey. Richtig krass. Spätshacke. So. Ich wusste gar nicht, dass da ein zweiter Eingang ist. Okay, hier. So. Eine Erde. Eine Erde. Ein Stück Erde. Wow. Krass. So. Eine Erde. Ein Stück Erde. Krass. Essen. Essen. Oh. Essen. Gut. Machen wir mal einen Bogen raus. So. So. M-Balt raus. Gunpow, das ist ein Schrott. Will ich nicht hier haben. Das raus. Jetzt mal wieder einen Bogen rein. Pfeile rein, ja. So. Den raus. Oh nein. Wir machen uns eine Kiste. Wir brauchen uns eine Kiste. So. Das ist dann unsere Loot-Kiste. Alles, was wir jetzt gerade nicht brauchen, tun wir jetzt hier rein. So. Da drüben haben wir noch zwei. Den möchte ich gerne mitnehmen. Den wieder hier hinstellen. Und den Loot hier können wir auch hier rein tun. So. Gut. Können wir das nochmal mitnehmen. Wieso nicht? So. Markieren wir das mal. Loot-Kiste 2. So. Ah genau. Hier wollte ich abbauen. Da kamen die Vögel. Die Ender-Vögel. Also das war mal ein aufregender Part. Abschreckung für die Gegner. So. Also jetzt da weniger Tiere an der Oberfläche sind. Spawn hat auch mehr Monster ab. Das ist doch gut für uns. Mal schauen, was wir im nächsten Part machen. Also als erstes werden wir wahrscheinlich mal ein bisschen bauen. Und ich weiß nicht, ob wir da für das ein bisschen umziehen. Wir könnten uns da mit den Waypoints ein bisschen porten. Das mache ich am besten hier drüber. So. Gut. Also. Dankeschön für's Schauen. Tschüssi Leute. Tschüssi Kowski. Hu. Tschüss. Tschüssi.